Willkommen zum großen Weihnachtsbackbattle hier bei SSP Architekten in Bochum. Wir haben zum Jahresabschluss Lebkuchenplatten im Gepäck und starten hier gleich in unsere Backchallenge. Freut euch auf spannende Architekturgespräche und kreative Baukunstwerke. Bevor das Weihnachtsbackbattle beginnen kann, müssen sich die beiden Kontrahenten erst einmal für eine Gebäudeform entscheiden. Was ich auch sehr schön fände, dieser italienische Pavillon, den kann man glaube ich sehr cool nachbauen. Ja, das sieht ja erstmal leicht aus. Also aus meiner Sicht entweder den Pavillon oder halt das volle Programm. Das heißt ihr haltet das hier? Genau, wir halten das. Und den? Ja. Super. Ich würde das allerdings frei interpretieren. Ja, ich würde sagen, fühlt euch frei. Wir starten jetzt. Ihr dürft anfangen. Das wird schon spannend. Ich weiß schon, was ich mit diesem schönen Dekorschrift mache. Da kommt nämlich dieser Etat. SSP, ne? Natürlich SSP oben drüber. So der Plan. Ob der funktioniert? Keine Ahnung. Die Grundidee ist, ein Gebäude natürlich in der heutigen Zeit, das ja auch in aller Runde nachhaltig zu konzipieren. Es spielen dann ganz einfache Themen mit. Dachbegrünung, Begrünung der Außenanlagen drumherum. Was kann der Stadtraum oder die Umgebung auch für das Gebäude tun und umgekehrt. Ich versuche jetzt hier diesen Kernbereich, dachte ich, wenn ich den einmal habe, der steht und dann noch darüber, guck das einfach mal, ich klebe das gleich fest. So nach und nach werde ich mich vorarbeiten. Ja, die größte Schwierigkeit ist tatsächlich, das statisch sauber hinzukriegen. Was ist denn, wenn du da immer so Stücke von dem da noch zwischendrin tust? Ja, das ist ein cleverer Gedanke. Gerne. Würde ich tatsächlich sagen, Kommunikationsbüro. Das ist nicht nebeneinander herarbeiten, sondern miteinander sprechen. Und nur wenn man das macht, so unsere Philosophie, kann man am Ende das Beste aus beiden Elementen verbinden. Es ist nicht wie im klassischen Architekturbüro ein Kopf, der überall steht, sondern das ist auch irgendwie wieder die Idee Kommunikation, Integral. Den Grundkern, den kann man doch schon machen. Ich mache das so, dass man denkt, okay, das könnte es sein, aber wenn man das Foto sieht, dann sieht man, nööö. Wir müssen ja keinen direkten Vergleich. Genau. Sollen wir nachher mal einen Statiker drübergucken lassen? Das ist super. Aber? Nein, es ist super. Verfolgst du denn irgendwelche Taktiken, die du schon aus dem Modellbau kennst? Ich habe das Material kennengelernt. Ich arbeite mich jetzt so ein bisschen nach vorne. Ich bin ja mal gespannt, wie du das Statusschleichen kriegst. Im Großen und Ganzen kann man schon sehen, wohin es sich entwickelt. Ach, irgendwie immer was Neues zu machen. Also man hat ja das Gefühl, dass man die ganze Zeit was Neues lernt. mit anderen Menschen immer wieder zu tun hat und lernt, 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 lernt. Ich meine, das ist super spannend natürlich. So habe ich mir das vorgestellt. Läuft? Wir sind fertig. Dann sind wir fertig, ja. Jetzt wollen wir natürlich in die Innenausstattung gehen. Ihr könnt wählen zwischen Edelstahl, einer schwarzen Oberfläche und einer Bronze Oberfläche. In welche Richtung würdet ihr gehen? Ich wäre total jetzt bei Bronze hierbei. Das Foto mit den Herbstbäumen, mit den Farben. Falling Water wird in eine Bronze Ausstattung getaucht. Wird eine Bronze Ausstattung getaucht. Ja, das wird gut passen. Klar, Optik spielt immer eine Rolle. Es muss ja auch super aussehen. Aber gerade diese ganzen Elemente, weil man sie ja wirklich in die Hand nimmt, täglich nutzt, muss auch die Form stimmen und dann auch über die Materialität. Klar, wird es warm. Ich gehe in die, genau in die klassische Richtung, Alu. Ich hätte jetzt von der Farbigkeit eher ein Problem, da jetzt irgendwie noch schwarz dazwischen zu packen. Ich finde, so macht das Ganze einen guten Gesamteindruck. So, dann darf es jetzt in die Jurybewertung gehen. Ja. Man muss ja die Bauaufgaben immer für sich betrachten und wie die Lösung im Kontext entsteht. Und da wir hier mit ganz unterschiedlichen Entwürfen und Herangehensweisen zu tun haben, ist ein abschließender Vergleich schwierig. Ich würde aber sagen, dass jeder für sich die Aufgabe sehr gut gelöst hat. Wir haben einfach zwei gleichwertige Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Das war unsere weihnachtliche Back-Challenge zum Ende des Jahres. Ja, und im nächsten Jahr wird die Reise der Architektur-Scouts natürlich weitergeführt. Und da freuen wir uns schon drauf. Und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Also, bis bald.